ja ich hab nur den andere habe ich nicht ich gebe da kein geld aus ich kaufe da nix wenn es mal was kostenlos gibt ja den battle pass muss man doch kaufen mit battle sterne habe ich so was ich kann mich ja nicht aus ich hab schon ich hab schon okay also ich sehe gerade ich habe 85 sterne also muss ich jetzt auf den battle pass drücken ja aber der wird jetzt 950 wie bugs oder mal hier was falsch meistens sind es für die skin auf level kaufen auf wo die fünf leute drauf sind okay da gehst du drauf wo die fünf leute muss ich nochmal warte mal ach so hier belohnungen ahhh battle pass belohnung dann gehst du da drauf und dann siehst du da battle pass film ja das ist es ja das kann ich aber nicht nehmen das geht nur wenn ich ein battle pass habe aber ich kann für fünf sterne 100 wie bugs kaufen ja das mache ich kann man da weitermachen weil die uhr tickt so langsam achso ihr habt keinen urlaub ne ne ja gut da kann ich ja nachher mal einlösen nicht so ein luxus legen nein sie bekommst du automatisch ja aber die 85 oder jetzt noch 80 ähm sterne muss ja noch in wie bugs umwandeln und dann kann ich mir den battle pass ziehen habe ich gerade gemacht achso du kannst aber nicht jede wie bugs nehmen ach schade du kannst nur begrenzt haben alles was frei ist halt ne ja ok ich esse erstmal popcorn aber das big pack popcorn oh hier ich hab warte mal gibt es die tasse mit dem michel nur in schwarz oder wie ne nur in schwarz es gibt noch weiße aber die habe ich nicht erstellt mit den stern kannst du im battle pass selber sachen holen aber die skins sind nur im bezahlten passen ah ja ok ja da kann ich auch trotzdem mal gucken was da so was da so gibt hat eigentlich jeder bereit ich ja ja alle ich wollte ein häkchen ich dachte es würde gehen aber das geht wohl nicht ne ja dass ich mit den dass ich die sterne umwandeln kann in wie bugs das hat jetzt einmal geklappt ich weiß nicht ob es nochmal klappt ah also auf der anderen seite musst du mal gucken ja eben da guck ich nachher mal ähm schau dir die map an wenn da sind da wie bugs drauf und da sehr klein unten standen 5 sterne gell ja genau das habe ich eingelöst ja jetzt habe ich 300 ja ich habe so gesagt ich höre gar nicht mal zeus und so ne ja gut die zeus hat probleme mit seinem headset der ist hier im discord ne wir machen das über discord ja wir sind auf meinem kanal ich habe auch gescored ja ich weiß kannst du in äh meinen kanal reinkommen reload das überlebende team ich habe gescored über mein vater ja genau ja der ist mitglied bei mir der andere ist im spielerkanal genau sollen wir zum in im spielerkanal gehen ne kannst du gerne machen dann hörst du die anderen auch ok also ich höre die ah ah hallo boah das ruckelt grad wie blöd ne was ist denn hier los jetzt geht's wieder hm was wollt ihr mich jetzt verarschen alter also das das war fies was sie mit dir gemacht haben du hast mal ausprobieren aber auch nur weil wir die ganzen bisschen Ojiyo oder sind oh alter das ist aber nicht die normale map ja das ist ja ja das ist ja sehr unnormal hat aber sehr viele Ojiyo orte ne 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 oder ne 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 leuten neben etablissement hier ist das hier kommt mir so vor wie damals damals wenn wir nicht in normalen abzocken und nicht diese scheiße macht irgendwie ganz leicht spaß so schon aber ich nicht bisher finde ich es okay aber ich bin auch noch am waffen sammeln verdammt raus hier das team mit dem lied aber ganz schön nehmen wir alle also hatte irgendwie was lustiges anricht also als kundin hinterher alter naja jetzt stehen geblieben ich höre alle ja wir sind alle bei mir im discord bei dem modus ist das problem dass da sehr viele schwitzer drin sind also gut glück okay ich habe da nichts damit zu tun sag ich dir jetzt schon ich habe ich habe mich angemacht so stimmt sollten weiterziehen das denke ich diese metern gemacht hat was die map äh jetzt die zweite epische pump wer mag eine epische pump von mir weil ich habe zwei ne pump ist nicht so meins sobald es in den ende nahe kampf geht bin ich sofort tot aber ich gebe jetzt max meine jetzt aber ich gebe jetzt max meine jetzt ich nicht ne ok die pumps sind gut dann spiel ich eben mit zwei pumps dann sage ich mit grün in den pappen halt eine ne jetzt habe ich die andere hmhm ich meine dritte meine ich wären bei der us army familia mama ist sehr gut oh hier geht ja ist mir schon passiert und man behält die waffen nein man behält die waffen als ich eben respawn bin hatte ich mein maschinengewehr noch also da gehen wir ja genau oder hat man es immer jetzt bekommst du einfach so ach so jawohl wir gehen rein hier ak 47 das bekommst du immer auf in die todeszone genau rein mit uns ich hab den modus schon gespielt deswegen weiß ich das alles ja und die sind die todeszone der ist richtig geil im ende hier bei mir rennt einer geiles auto hier wer passt da denn rein wufi ich pass da rein aber hier gibt's zum glück keine autos aber ich battle royale ja ja battle royale spiel ich nicht das ist auch battle royale hier das ja genau ich spiel battle royale das braun immer kippt du kippt oh überfall ey lass dir michel in Ruhe genau was wollen die alle von mir ja keine ahnung haben die dich grad getötet ja zwei stück sind dann noch dazu gekommen ok schau ab was fortnight ist nur br 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 süß hehehe ja stimmt genau atme oh gothic crap hat mich tot getötet er wird zum glück automatisch wieder geholt ja 30 sekunden ja einer wiederholt gut das kann ich kaputt wenn wir dann den neuen mist wieder schwirren dann nicht da kommt das ja kletter uns Cottbus ja ich wurde angegriffen ja habt's gesehen ja da stehen aber voll die coolen autos rum ja die ganze nein meine epische Pumps sind weg meine Hacker Pumps meine gute Waffe boah der wollte mich grad in die Luft abballern das ist nicht nett m2 hat ein epische Ska epische Ska was ist das denn ja hab ich auch ja hat er gerade gesagt dass du eine hast ne ne Narbe recreation was hat die Narbe mit da zu tun Ska heißt Narbe hhm hhm was hat die radar ran bei Scarpaut zu tun Sturz-Polster, was denn? Ich höre, Bewegung, au 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 au, hörst du auf? Boah, das sind richtig geschrätzt. Komischer Modus, da steht man ja niemals. Ist das so, da sind so die OG-Waffen, ne? Ja, das stimmt, aber halt auch die OG-Player. Ja, aber nur du. Ich bin der Kessler und der Kriegner. Bei mir ist vielleicht ein Gegner? Sogar zwei. Drei. Ne, der dritte war Zeus. Teutsch ist tot. Mittel überlebe. Ne, keine Chance. Geh da nicht runter. Kommt Lobby. Ja, das hat auch kein Wert hier. Das ist ja genau so ein Spielmodus, den ich überhaupt nicht kann. Ich kann sehen. Das ist voll easy. Voll easy? Soll ich auch zu euch in Discord kommen? Kannst du gerne machen. Papa, wie kommt denn die Discord? Oh, Alter. Wie sieht das denn aus hier? Komisch. Sieht so aus? Geht so aus. Was ist zu euch in den oftenen Video games? Das ist von der이라고. Keine Ahnung. Hox kann das nicht reden. Ja, ich muss jetzt die... Red Kalender. Wur Oreo sein soll das denn bitteschön sein? Keine Ahnung, ich bin kein roter Kalender. Hahaha. Ich guck grad, welchen Giscord ich beiträgen kann. Ja, ähm, der Mischel-Kanal und dann sind unten die Sprachkanäle. Gaming, da sind wir drin. Gaming, nicht so, äh. Ich kann irgendwie keinen Giscord beiträten. Hm. Du bist auf Fortnite-Spiegel, wo bleibt draußen, die Mistvieh. Ja. Ja. Wie kann man einen Giscord beiträten, ne? Dein Vater ist ja drin bei mir im Kanal. Jetzt musst du nur noch auf den Sprachkanal Gaming. Mein Vater wartet nicht mehr. Mein Vater kommt jetzt da, ich schlampe, wenn ich das nicht mache. Hm. Nein, oh, dann bin ich weg. Ja, okay. Fußball gucken oder was? Nö. Jetzt wähle ich mir's morgen früh aus. Ja, stimmt. Alter, anders hast du halt keine Urlaub. Ja. Ist, glaub ich, mein erster dieses Jahr. Also, länger als zwei Tage. Ich glaub, er ist noch Urlaub. Ende nächsten Monat. Ich hab noch keinen Urlaub. Hm. Ja, jetzt ist das Einzige bei Fußball. Ja. Und was sind die Tipps? Ich sag mal 3-1 für uns. Keine Ahnung, ich seh ja nur... Ich seh nur was, äh, äh, ich hab nur SRF auf. Ich würd sagen 2-1. 2-1? Okay. Ja. 2-1 oder 1-1? Hm, schauen wir mal. Ah, da gibt's den Stuhl. Für 7 Sterne. Ja, da sind wir jetzt im gleichen Dingens. Nee. Was denn? Nee, sie muss ich nicht hören, alle. Wer ist wenigstens die Kantine-Band, dann wär's gut. Das wär geil, ja. Ja, die kann ich ja spielen. Ja, aber ich kann sie nicht hören. Ehrgerlich. Das ist wahr. Ja, ja, klar. Vor allem kann ich die Kantine-Band auch gleich auf volle Polo schnell machen, Alter. Nee. Die ist scheiße in Deutschland. Ich wollte eigentlich da schauen, nicht, äh, andere Länder so. Ach, jetzt ist sie eher ihre Selbststellung. Michel? Ja. Hi. Ja? Hallo? Ich muss mal ein Schlafanzug anziehen. Ah, okay. Ich gehe nachher, damit wir die Rechnung noch bleiben können. Ey, mein Gleiter sieht so geil aus, so ein Hai. Ein Hai? Bärm. 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 Ich hab ein roten, rosanes Surfbrett. Und ich hab ein Gleiter von der Motorradgang. Bärm. Von der Motorradgang. Ja, das ist aus diesem Trainer-Battle-Park. Ja, das war irgendwann, war das, ähm, auf einmal drin bei mir im Spind. Magik. Wahrscheinlich, weil du die letzten Battle-Bar-Sterne aus den letzten Battle-Personen ausgegeben hast. Das könnte sein, ja. Ah, hier gibt es wieder diese Scheißwaffen. Oh, jetzt bin ich wieder traurig. Und, das sind einige Leute. Ich gehe mal zu Cottbus. Oh, ich hab die Gitarre gefunden. Ja, juhu. Gute Waffe. Louis, was ist das? Willst du da für einen Keks, oder was? Nö. Warum ist das, ich finde das denn einen Keks haben? Weil ich irgendwie gerade Hunger auf Kekse habe. Das weiß ich selber nicht. Ich glaube doch. Da habe ich Kritik äußern. Ich weiß, das steht mir nicht zu. Aber es ist manchmal einfach schwierig. Ja, natürlich kannst du Kritik äußern. Wir sind doch eine Community, eine Familie. Eine Noob-Familie. Genau. Oh, jetzt habe ich mal ein paar Waffen wenigstens. Okay. Ey, hier liegt zwei. Ey, hier liegt richtig viele Waffen rum. Nimm doch eine. Wir sind hier schon längst gelandet und du hast noch keine Waffen. Boah. Ich denke, ihr habt hier einen Gegner übersehen. Töte ihn. Ich habe ihn nicht getötet. Oh, das hier mit dem Auto. Ja, und ich mache mit seinem Auto Dynamitran. Ha, Pech. Sehr gute Idee. Ich kann mich ausziehen. Ich habe sein Auto in die Luft. Ja, optimal. Das ist typisch. Da ist gerade einer mit dem Auto vorbeigefahren und Cottbus hat im Dynamit das Auto geklebt. Das Auto ist gleich mal in die Luft geflogen. Sehr gut. Oh, hier haben wir noch eine zweite Gitarre gefunden. Klingt das da? Hm. Der Dynamit ist so geil für die Autos. Oh, leider kann ich die zweite Licht aufnehmen und der geht in den Mischel. Oh, verdammt. Ich bin bei den Gegner. Ja, ich bin tot. Captain Jack Sparrow hat mich getötet. Okay. Captain Jack Sparrow. Nicht gut genug. Ja, stimmt. Stimmt. Auch von mir kommt das hier nun wieder vor. Ich bin voll gut. Ich bin ja auch so ein Muscheltier. Ich bin voll gut. Ich bin voll gut. Ich bin voll gut. Ich bin voll gut. Warum? Warum auch so ein Muscheltier nicht? Oh, weil jeder mal Muschelt. Und da versteht man nichts mehr. Ich bin voll gut. Bitte was? Hä? Hast du was gesagt? rede mal deutz und deutlich ja deutz hier ist dein Boss ah ja, da bin ich wieder hier ist der Boss hier ist der Boss die Boss sind ja richtig ja, deswegen sind es Bosse nein, ich muss nicht reinsteigen ok, ich muss das Auto nicht niedigen das ist das Spiel, was ich auch einmal niedigen ich kann spiele, ist das Spiel Killing Flower 2 das kenn ich nicht ja, der hörte ich nicht das ist ein Spiel, was man verschiedene Wellen überstehen muss mit verschiedenen Feinden und jede fünfte Welle ist ein Boss ah, ok da gibt es da gibt es auf der Playstation sowas das habe ich damals als Demo runtergeladen das war nicht schlecht ich weiß, wie es hieß das war ziemlich blutig aber ich finde es nicht schlecht ja oh was schreut denn der so rund und da gibt es eine Waffe die ich den eigenen Namen zu verdanken habe ok Was ist hier, Dieter, du nicht gelästert? Ey, jetzt ist er eine ganze G-Klasse. Hier passen vier Leute rein. Warte, immer diese Verschwörungstheorien. Ja, ja, warte. Gleich, gleich, gleich. Wir passen vier Leute rein. So, jetzt. Jo, noch. Michel? Ja. Weißt du, wie man in den Spielerkanal kommt? Ja, ich hab den Boss geklaut. Ja, aber das geht nicht, weil ich hier im Discord bin. Da geht der Spielerkanal automatisch aus. Ey, da haben wir einen Rad im Wettelbos. Wir sind im... Und wir haben das Bossautos. Natürlich werde ich jetzt über den Haufen gefahren, ist ja klar. Blöde, du bist selbst gegen den Stein gefahren, oder was das war. Blöde, du hast acht Kölz. So, ich muss meine Karauchen reparieren. Ja, aber Niki hat eine Tankstelle, du machst das kaputt. Ich land's bei den Lutzer. Ich bin gar nicht, äh, hör auf, hier Lügen zu erzählen. Ich geh zum Lutzer. Wo's langgefahren ist, war kaputt. Also geh ich da. Keine Funktion, verdammt. Bleib dann stehen! Ja. Nein, wir bleiben uns hier. Jesus. Wir sind jetzt noch wachsen. Ah, keine Funktion, verdammt. Äh, die äh... Was ist denn los? Äh, die äh... Dingen steht hier noch, die äh... Die ähm... Die ähm... Die zieht das Auto ab. Wenn ich das vernünftige Wasser hätte, ne? Wenn man so aufhören will. Wenn man so aufhören will. Jetzt haben wir ein Auto weniger. Danke! Also... Wenn man so trägig spät mit Handschuhen, dann bin ich hier weg. Ja, okay! Ich hab nur scheiß Waffen. Das ist doch so... ...Mäuse melken. Okay, da... Wir wurden mit Handschuhen angefasst. Das ist egal, natürlich. Hm. Handschuhe sind was Feines. Hätten wir ein Auto noch, hätten wir es geschafft haben. 300. Mh. Aufwandern. Aufwandern. Das stimmt. Dieses Auto. Hm. So, ich bin jetzt über Marsch, also ich nicht kennengeler. Hm, hm, hm. Jetzt muss er mich noch überfahren. Ich wäre doch auch so gestorben. Ja. Wir sind hier richtig grad mit einem Fein. Ja. Ja, ich hab wieder vor, haben jetzt die Tasche gefunden. Okay. Ey, hier schießen wir schon. Oh. 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 In den Fernkampf. In den Nahkampf. In den Nahkampf. Kaike. è. D 후�azum Democratsardi. Oh, Maverick ist weg. Krass. Oh. Denk an deine Energie-Zolls. Sehr gut. Ah, überrascht. Nein, wirklich, ich hole das wieder an. Super, danke dir. Ja, wahrscheinlich, Doppel. Das Übliche. Aber wie. So, ich lebe. Boah, was da Waffen liegen. Da muss ich hin. Ohne mich zu verletzen. Oh Gott. Geht ja. Ich krieg mal die beschützendste Wache geholt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ach, ihr seid doch alle. Doof. Und sie blauen Waffe. Ich krieg meine Geklasse. Ja. Ja. Okay. Hey, Michel. Ich hab einen Schwimmring. Erklär mir bitte, wie man so schnell war, wie die Todseine. Ja, da kamen sie mit dem Auto angefahren. Mit vier Leuten. Da ist er wieder. Maverick ist wieder da. Bisschen habt ihr mich nicht gehört? Du warst nicht mehr im Kanal drin. Was ich heute die ganze Zeit drin lauten ist, Karl. Ich hab dir das gesagt. Ich hab geguckt. Du warst nicht mehr da. Ihr solltet vielleicht nicht Richtung insergehende Ausgabe. Und die sind überlobst. Ich hab nur gesagt, dass ich tot bin. Schon seit Jahren. Du warst weg. Ja, und ich bin tot im Spiel. Ja, hinter der Zone warst du. Ich auch. Ich hab's gerade noch so geschafft. Also ich war vor der Zone. Aber da ich nie geholt wurde, bin ich jetzt hinter der Zone. Ach ja. Ich geh mal zu Zeugs. Also Gold lässt sich die Pistolen echt spielen. Mhm. Ich hab legendärer Sniper. Legendärer Sniper, das ist ja auch cool. Ja. Neu reingekommen. Auch relativ gut, wenn du triffst. Und besonders gut gegen Autos. Hm, gut gegen Autos, hör ich Gott. Sehr gut gegen Autos. Oh, ich hab wieder... Piu, 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 hab ich wieder. Ähm, hier liegt noch eine geklache Verbrau. Mhm. Das ist Grundvoraussetzung Nummer 1. Ich bin mal raus. Okay, alles klar. Ich mach's noch eine ganz andere Art. Äh, Handschuhenart. Ich darf die Art machen, Herr Schiff. Oh, ein bisschen verbannt wäre nicht schlecht, äh. Liegt denn hier nix rum. LAPD SWAT! Ja, da hinten. FBI, FBI, FBI. FBI, FBI. FBI, FBI. So, was haben wir hier übrigens bekommen? Sofort, Händler, oder wer schießt? Vielleicht noch mit der Schweinchen. Ja, ich hab's umgekriegt. Ich hab's umgekriegt. FBI, FBI. FBI, FBI. Wenn ihr den Dynamitrack? FBI, 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 FBI. Oh, FBI, FBI, FBI. Oh, FBI, FBI. Ja. Oh, Mann. 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 Maverick, vielen Dank für den Raid. Oh, wir verkennen uns mal hier oben beim Hotel irgendwie. Oh, Mann. So. so ich bin nicht einsatzbereit ja hier gibts noch mehr drauf Doppeltheld besser genau mich greift ein Dur was greift dich an ein Wurm ja ein Doom ein Doom was ist denn wie sieht das hier aus war hier schon immer ein Gletscher war schon immer das war der Gletscher wo ein hoher Medali gegen geflogen ist ich weiß nicht wir brauchen dich ich bin auf dem Weg ich renne schon die ganze Zeit ja ich komme zu dir stimmt da kann man bestimmt nach vorne und hinten schauen Michel ah du kannst dich ja mitnehmen wir können auch beide die Gitarre nehmen wenn du sie nimmst und wegfliegst dann fliege ich im Blitz hinterher ja das funktioniert ja ok jawoll ja wo geh man hin dahin wir sind beide zu uns ich hab auch ne Gitarre oh da hinten zwei drei warte mal Vorsicht da snipet jemand da snipet jemand warum sind wir gelandet sonst vom Kopf ausdruck lass ihn nicht snipen die Double-Aufstieg von der Seite ey jemand snipet von der Seite von der Seite welches Alter welches Alter die Gitarre weg aber die wollen hinter uns was sind die denn oh 1 zu 0 für Deutschland dann hab ich von der Prognose her schon mal gepunktet wein er ist Solo also rein sind wir schon mal weniger und Mischel komm mal lieber zu uns ich bin auf dem Weg tatsächlich bevor es für dich noch ganz böse ausgeht ich hab keinen Lauf 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 mit Handschuhen kann ich doch auch ich war da nicht ah doch ja kann ich auch springen Mischel ach die Gegner müssen jetzt kommen ich war das Mettbitt mal durch mhm oh nein äh äh so durchgemettet wo sind die Gegner? Hä? wo sind die Gegner? hm ist ok wir sind Amulettträger wenn wir sie nicht finden die finden uns bestimmt die finden uns bestimmt oh wieder 0-0 waaah abseits oder was? sind wir für gar keine Gegner? oh verdammt was sind die denn? Gegner! wo wo wo? markieren da unten ja mich hat's ausgesucht bin ich gut und snipen jawoll jaaah jaaah epischer Sieg oh war ein faul bei der Deutschen hey ja geil war dann schöner schöner Abschluss für Zeus hmhm schlägt guter Abschluss hmhm so schnelle Sterne ausgeben und dann bin ich weg hmhm drück bereit ja noch ein level und ich hab die power was so lass gleich noch einer hin los jaaah 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 jaaah